hallo und herzlich willkommen zum war wednesday ich habe mich heute im spiel schiff versenken gespielt nein world of warship weil nächstes woche fahre ich nach holland gar keine spielen und da ist ja viel wasser habe mir gemacht spiele ich war auf warship vielleicht ein paar boote versenken schon mal üben so ich habe jetzt hier meine acht boote waren das und ich würfel mit dem achter würfel eine zwei dann spielen wir schnell mit den japaner schauen wie weit wir kommen ich hoffe mal wir machen ein sehr gutes spiel jetzt am anfang naja erstmal schauen ob wir überhaupt eine kuppe finden aber eigentlich schon ich hoffe es doch zumindest dass es so unerträglich war ich mal kurz mein oberteil auf eine minute mein oberteil das hört sich an mein t shirt so und da geht die runde los da geht es jetzt auch nicht los aber er lädt doch da ist es die runde ein paar sekunden gewartet kein problem das kann man ja schnell gefecht starten so also müssen a b und c dann würfel wir mal wieder welches soll ich einnehmen die vier das wäre das hört sich ja auch an komm lass uns hoch zum a fahren ich hab ein papier kann ja ach meine reise nach barcelona nicht noch hier dann ist er fertig kann ich wegschmeißen ach da muss ich noch anrufen das auch noch was ist das ja also ich habe meinen rucksack eingetütet da habe ich eine quittung gekriegt und ein prospekt dann schleichen wir uns mal langsam hin zu dem punkt a sagen wir alpha dazu alpha bravo charlie also a alpha b bravo c charlie da ist so langsam da will ich mal probieren gleich anzurufen schauen was sie mir sagen urlaub für nächstes jahr schon mal dahin legen wo ich die fische bei warcraft kriege lasse ich mal da liegen mein nähzeug packe ich mal da zur seite das war mein kaputzes kabel lasse ich da liegen kugelschreiber lege ich wieder da alles zur seite meine dvd kamera packe ich da hin meine karte von der metropole von barcelona die lasse ich hier liegen karte von amerika keiner geht nach arhein nach arhein abo sind ja bravo ich habe voll hunger wenn du was essen ich fahre auch schon volle Kraft ein Gegner zerstört ok, wir haben C wir haben B, wir haben C ne, hab ich gar nicht ok, da hinten, aber da kommen wir nicht hin ich kann schon so weit schießen ey ne schweinerei ist das gut, jetzt kann ich nach links ausstehen ach, ich komme noch gar nicht zu mir hin Torpedos auf Steuerbord ich kann nicht so weit schießen, Mensch das wird sowas von Unfair Joaah Ach, ich kann schießen, ich kann schießen? Und, treibe ich wenigstens? Nein! Komm her Wedel schneller, manche Vieh Ach, nicht getroffen Ich wollte krass sagen, ich schieß doch nicht auf mich Okay, der ist versenkt Kommt jetzt der da dran Yeah Ja Und die beiden sitzen auch Nein Aber die sitzen Kommt, 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 kommt Ach mensch, das kann doch nicht Spaß Ja Naja, okay, erstmal klar, dass ich den nicht treffe Hier kommen gleich Torpedos hin Ja Das sind jetzt sehr stark von aus Gehen wir um zwei Knoten mit denen Gehen wir um zwei Knoten mit denen Schneller nachladen Der pferd sich erst bis wieder da wird Und Jetzt gibt er Gas Kommt, 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 kommt Kommt, kommt, kommt Schneller nachladen Kommt, 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 kommt Schneller nachladen Unser Team hat die Führung übernommen Ne Steht wieder Unser Sieg ist in Sicht Problem gelöst Unser Sieg ist in Sicht Cool Die sitzen aber Ja Ja Zumindest einer Und der sitzt auch Nein Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich muss weg hier Scheisse Wo ist weg? Echt? Ich kann keine Na, dann wusste ich doch, dass sie gleich die Piedos tun. Wir haben ein Schiff von uns versenkt. Nein! Hm. Hm. Oh, der Feind ist bei uns in A drinnen. Schnell reparieren. Ah, es fällt auch gerade ein Virus ab. Das ist ein Schiff. Torpedos auf Backboard. Nein. Und kaputt. So, ein Mies. Na ja, ok. Schnelles Mal Hafen. Ich glaube, eine Runde wird noch gehen. Ich denke mal, das haben wir so oder so gewonnen. Einmal schnell Würfel mit den Achterwürfel. Eine Acht. Das war letztes dann. Der Ami. Der Ami. Sooo. Oder warte mal. Ne, das passt gar nicht von der Zeit her. Schon viel zu lang. Obwohl wir haben sofort eine Runde gefunden. Was habe ich denn für einen? Achso, das ist ein schneller Zerstörer, ne? Ja. Ah, ok. Mit Zerstörern bin ich sowieso immer schnell kaputt. Dann können wir die Runde auch noch schnell dranhängen. Mal schauen, was für Gegner da sind. Mal schauen, was für Gegner da sind. Mal schauen, was für Gegner da sind. Mit unseren schönen Toppedas. Flugzeugträger. Ah, ok. Die machen mich wieder auf den Weg zum Flugzeugträger, würde ich sagen. Schauen wir mal, wo unsere stehen. Unsere stehen da oben. Dann sind die hier vorne. Ne, warte mal. Da und da sind unsere. Sind die da und da. Flugzeugträger ist oben. Also muss er hier irgendwo sein. Oder? Ne, unten ist der. Der muss hier glaube ich sein. Ja. Wir müssen nach unten. Gleich erstmal. Ne Turboboost einschalten. Maschinenboost aktiviert. Oder Maschinenboost. Oboboost, Maschinenboost. So. Da ist das gleiche. Da ist der. Da ist der. Wer ist denn hier? Mr. Love. Da. Mr. Love war ein Gegner. Der macht null. Dann nach rechts. Dann nach links. Dann kommt Hermit vorbei. Solange er nicht bremst. Der heißt Schicksal. Und da gibts noch dass weiter. Und da ist der. Träger derrompedos. zeug dann machen wir drei im Waldwinkel ich komme mir nicht so nah du sonst brauche ich dich auszusehen der Radar von denen ist oder Radius von den Torpedos ist nicht gut das ist viel zu klein ich gehe mal wieder aus Feuerkraft oder oder kein Problem Maschinenboost deaktiviert oh da schießt auf mich und die treffen mich aber Teilung entscheiden dann noch vier Stück von E2 einer fährt durch ok wer weiß bestimmt was ich vorhabe der Störer scheint um gut zu sein ich würde sagen Torpedos nichts abgeschossen Achtung ich brauche Hilfe da den die der die die ist die 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 Nebelwerfer gestartet! Torpedos voraus! Ja, auf jeden Fall dahinten ist irgendwo der... Sagt der Hänger! Ich habe mich geopfert für mein Team! Schauen wir mal zum Hafen! Was wir da geschafft haben, haben wir die Runde gewonnen? Sicher haben wir die gewonnen! Klaro! Können wir denn da noch etwas reparieren? Na ja, reparieren! Meinte verbessern! Aber können wir noch... Da kommen noch wenig Münzen, Sterne oder wie auch immer! So! Ich werde dann mal sagen, das war's für heute, da die erste Runde dann gedauert hat! Die zweite Runde so schnell zu Ende war! Ich hoffe euch hat die Runde gefallen! Und die Runden! Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video weiter seid! Bis dann wünsche ich euch viel Spaß! Bis dann auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Sch đang los! оч